Boah, ähm... Ich hoffe mal, dass es uns richtig zerstellt 3. Ähm, ja. Ah, ein Bandit, der hatte ich. Und hier finden wir... Cyberkey. Ähm... Puh, ein Scheiß-Bandit. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, ich bin grad ein extrem schlechter Spieler. Ich weiß auch, dass ich prinzipiell ein extrem schlechter Spieler bin, aber... Ich hätte mich damit abgefunden und ihr müsst es wohl auch tun. Na, komm, komm. Na, hm, clever. Na komm, Spookies, 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 Spookies. Ich hasse Spookies. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber seit dem ersten Teil hasse ich sie schon. Weil die viel zu stark sind, wenn... man die richtig einsetzt. So. So, kaputt. Ich soll jetzt nur nicht von einer Dings treffen lassen. Von Meteoren. Ja. Ach. Ach, das haben. Gut. Recovery rein. Recovery. Ähm. Oder... Ja. Nähe den. Komm, versteck dich hinter dem Stein. So wie es alle Feingangstausen machen. So und kaputt. Und jetzt ne Full Energy rein. Ich weiß nicht, was passiert. Oh. Oder so. Ähm. Ja. Okay. Safe State. Und dann versuchen irgendwie hier rauszukommen, ohne dass mich... 1200 Zenies. Okay. Ohne dass mich ein Zombie erwischt. Ja, auf die 1200 Zenies. Scheiße ich. Ich... Also nochmal ohne dass mich ein Zombie erwischt. So. Und... Komm. Schalt die Vater aus. Gut. Puh. Mein Gott. Sind das... Ganz ehrlich. Da... Okay. Wer ist das? Das ist... Raul? Ne. Doch. Raul. Raul. Uff. Puff. Äh. 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 Atme noch. Äh. He's gonna make it. Short. Lan. Ich glaube nicht. But you're... Äh. Ich glaube es nicht. Aber du bist ja ein Cosmenet-Battler? Short. Äh. Was... Are you out of mind? Was ist mit dir los? Bist du... Blöd? Hm. Ich bin ja nicht ein Dummen mit mir. Äh. Ja. Wrong. I just go here too. You're not one from... Äh. Bist du nicht einer von Gospel? So. Und das... Äh. Who... So who got Raul and so... The other. Also wer hat... Dass Raul und den anderen Anklang... Keine Ahnung. Äh. Äh. Also ich werde die einsperren unter den Regeln der offiziellen... ...und... Denken wir haben keine Zeit. Aber wir können das später machen first. Das heißt... I will delete Mega Man. The root of the evils. Also... Fick dich. Proto Man time for a little. Äh. Ja. Ach nein. Nicht Short. Nicht Proto Man. Äh. Das hatten wir auch schonmal. Proto Man ist mein Freund. Und der ist viel zu schnell gerade aus irgendeinem unerfindbaren Grund. So. Ähm. Ja clever. Okay. Merkt euch. Chillt euch nicht in die letzte Reihe. So. Okay. Jetzt komm. Ehm. schon zwölf damage zugefügt. Okay, komm, kommen wir ein bisschen nach vorne. So, ähm, 112 habe ich ihm jetzt schon zugefügt. Also ist schon fast so gut wie bei meinem letzten Kampf gegen ihn. Fragung, ich habe nichts zum Heilen. Das war's für mich. Wir haben den deleted, ähm, safe state. War schön, okay. Ähm, na, da seht ihr mal, wie schlecht ich spiele. Ja, schön. Ich bringe das ganz zum Sprechender hier. Okay, ähm, roll, 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 cancel. Ja, jetzt kriege ich natürlich Chips, die ich nicht brauche, aber egal. Ähm, also ich werde diesen Kampf uns selbst selbst bestreiten und das vermachte mir mein gutes Setz Playerherz, das gerade irgendwie gebrochen wird von Short. Und für Top Man, hallo? Wie soll man den besiegen? Der ist Ultra. Der ist stärker als im ersten Teil und schneller und gemeiner und fieser und gemeiner und fieser und härter und schneller und, na, es ist halt Proto Man. Und, ja, du bist doof. Ich mag dich nicht mehr, Proto Man. Du warst mein Bruder. Wir waren ein Team und du hast es. Du hast uns vergraset. Äh, der hat einen Longstorm über drei Reihen? Fick dich. Okay. Äh, Herr Toll, das nix, auch nicht zu ehrlich. Immer in Versuch in Bewegung zu bleiben, auch wenn du mir das Nice nicht gedacht. So. Ach, gut. Ähm, ne. Ok. Oh mein Gott. Ihr seht, Proto Man kann, ist stärker als im ersten Teil. Ungefähr. Ein bisschen. Und, ähm, im ersten Teil habe ich aber auch, glaube ich, das zu bestätigt. Ich finde, hier gibt es ja auch noch keine so coolen Battlechips. Also, meiner Meinung nach. Vielleicht seht ihr das anders. Meiner Meinung nach finde ich hier die Battlechip aus Beute ein bisschen sehr gering. Okay, kommt ein bisschen größeres Spielfeld und dann müsste das halt nicht laufen. Okay, komm, ganz ruhig. Ja, aber besser als von seinem Ding getroffen zu werden, von seinem komischen Schuss, von seiner komischen Schwertattacke. Ähm, ja, okay. Immer schön in Bewegung bleiben, mega. Versuchen einfach, äh, versuchen einfach, keine Sätze richtig zu beenden zu können. Egal, ähm. Okay, so, geht doch. Jetzt auch dein komischen Wirdelstack ein, der mir fast hier für meine HP-Raup, du, Dora. Äh, und du warst wirklich mein Bruder. Ich hab dich geliebt. Wie ein Bruder hab ich dich geliebt. Oh, du. Wie dankst du's mir, indem du, ähm, versuchst dich zu blocken. Was grad ziemlich doof ist, weil, was halt so ist. Okay, komm, komm, komm. Oh mein Gott, stell ich mich gerade doof an. Ähm, nee, ernsthaft, ich mach ihn gleich mal einen kurzen Schnitt und dann, wenn ich ihn mal so gesehen, äh, auf Screen. Oder nein, ich möchte euch eigentlich zeigen, wie schlecht ich gerade spiele. Oh mein Gott. So, jetzt neue Rundnetze, der Versuch, wenn ich ihn diesmal nicht schaffe, dann, ja, dann mach ich ihn grad auf Screen. Und wahrscheinlich liegt es mir dann beim ersten Mal. Okay, komm, in die Reihe, 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 ne. Oh mein Gott, wie ultra bist du eigentlich nicht gerade? Ne, ernsthaft, ja. Hallo, ich bin halt irgendwie viel zu dumm, um den fertig zu machen, ne. Ist nicht schön. Ja, komm, hier. Das ist auch kein Sinn mehr. Hm, alter, nee, das ist... Alter, genau, ich rede mit euch jetzt hier, ja. Alter, hier so, bäm, ins Gesicht, so. Also, versteht ihr, versteht ihr was, das ist meine und das war's. Ich hatte irgendwie... Komm, hier, komm, mach Schluss, mach Ende. Sub, tot, okay. Ähm, na. Ich würd sagen, ich mach ihn grad mal auf Screen und dann... Äh, ja, mal gucken, wann ich das jetzt mal gespeichert, um nochmal meine Chips so ein bisschen zu enden, ja. Ähm, egal, nein, okay. Jo, ich würd sagen, dann sind wir uns gleich. Bis dahin, euer Klon-Tarf. So, und... Ja, weiter geht's nach, äh, uns zähligen Versuchen. Schaut, es tut mir leid. Ich... Protoman. Ich bin schwach. Meine Schwäche ließ Protoman löschen. Äh, if I could have just hate you with... If I could have... Äh, wenn ich dich nur mit meinem ganzen Hass... ...hassen hätte können. Short. Ich brauch... äh, keine Sympathie von... einem Verräter. Short. Bitte versteh mich nicht falsch. Äh. Äh. Lens, write. Neither one... You... Neither one of you... Äh, keiner von euch beiden ist von Gospel. Sie ist ein... ...ne wirkliche Kriminelle. Sie wasn't... Äh, she wasn't hurt by Gospel. Yeah, I've been fooled. Also, sie war nicht... ...verletzt. Ich wurde reingelegt. But... Vertraut mir. She went up this way. Arr. Raoul. Äh. Was für eine Fraß. Entschuldigung, Lam. Yeah. Äh, tut mir auch leid. Ne, ich war auch... Ich wurde auch reingelegt. Ich... Ich vergebe dir land. Yeah. You gotta stop the Gospel Net Battler. Liebes this to... You with our Protoman your own... Also, ohne Protoman bist du unsere einzige Chance. Ist jetzt in deiner Hand. Okay. Okay, ich würd sagen, ich mach dann heute auch mal für hier Schluss und... Ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, wann das sein wird, aber heute die Tage. Okay, bis dahin, euer Könnschaft 91. Ciao.